Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Frühjahrsputzes. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, ich verlinke den, dann schaut euch den erstmal an, weil da sind diese ganzen, ich habe es so Vorarbeiten genannt, alles was man halt schon am Tag vorher machen kann. Im Endeffekt kriegt man auch alles an einem Tag hin. Also unsere Wohnung ist jetzt nicht so riesig, wir haben eine Dreiraumwohnung, ich muss jetzt überlegen. Warte mal, ich stelle mal hier. Ja, wir haben eine Dreiraumwohnung und die Räume sind an sich auch alle nicht unendlich groß. Wir haben auch nicht so viele Möbel oder so viele Dekoartikel, wo man unendlich viel in Staub wischen muss und sowas. Deswegen, also unsere Wohnung ist wirklich sehr reinigungsfreundlich und deswegen kriegt man auf jeden Fall alles an einem Tag hin. Wir haben es trotzdem aufgesplittet, weil wir einfach gestern noch andere Dinge zu tun hatten und uns einfach auch diese zwei Tage Zeit genommen haben. Und ja, alles, was wir jetzt gestern noch nicht gemacht haben, kommt jetzt heute und oder morgen auf jeden Fall in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß, schaut euch wie gesagt gerne das erste Video an und ja, dann ist unsere Wohnung fertig für hoffentlich dann auch einen sonnigen, schönen, warmen Frühling und nicht so wie jetzt mit Schnee und kalt und Minusgrade. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.